Oh, guck mal da! Uh, hier sind zwei, guckst du gerne noch. Puh! Der ist tot. Nee, guck da erst mal Kleber in den Fisk. Die Kieferleikotter rüber. Was für eine Gesichter. Das ist weg, die wir gerne noch. Wow! Oh, hier ist ein Mordorad. Wow, da oben sind auch Schiele und das ist anzuglacken. Ja, ganz ruhig, Kipperschuhe. Ja, okay. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Eineticative Kieferleikots. Die Kieferleik answers hat치, Vielen Dank.